Auf den Blick in den Spielplan konnte einem schwindelig werden. Lauter Spiele, die wichtig für die Playoffs waren. Am Sonntag stach jedoch ein Spiel besonders hervor. Packers at Steelers. Zwei der berühmtesten, ältesten und traditionsreichsten Teams trafen aufeinander und beide brauchten dringend einen Sieg. Das ist es, was den Mythos der NFL ausmacht. Das Spiel hielt, was es versprach und wurde ein echter Knaller. Es war ein fehlerfreies Spiel, denn kein Team hatte einen Ballverlust zu beklagen. Alleine in den letzten acht Minuten wechselte die Führung viermal. Drei Minuten 58 vor Spielende gingen die Steelers mit 30 zu 28 in Führung und Headcoach Mike Tomlin entschied sich für einen Onside-Kick. Seine Erklärung dazu war nachher, dass kein Team in der Lage war, das andere zu stoppen. Deshalb wollte er, dass die Packers schnell punkten, um selber nochmal an den Ball zu kommen und die Chance zum Sieg zu haben. Der Plan ging auf. Die Packers bekamen den Ball an der 39 des Steelers und punkteten zum 36 zu 30. Pittsburgh kam nochmal in Ballbesitz und sie marschierten 86 Yards über den Platz zum Sieg. Big Ben warf einen Pass über 19 Yards an die linke Auslinie in der Endzone, als die Uhr ablief. Mike Wallace fing den Ball und hatte gerade so beide Zehen im Spielfeld. Die Steelers hatten ihre minimalen Playoff-Hoffnungen am Leben erhalten. Die Packers hätten mit einem Sieg den Abstand auf die Vikings verkürzen können, denn Minnesota patzte in Carolina. Verwundert rief man sich die Augen, denn das Spiel lief genau anders herum, als man es sich vorgestellt hatte. Die Panthers hatten die volle Kontrolle über die Vikings, egal ob in der Offense oder der Defense. Zur Halbzeit wollte Vikings-Head-Coach Brad Childress Brad Favre sogar aus dem Spiel nehmen, weil der unter dem Druck der Verteidiger immer öfter zu Boden gebracht wurde. Favre gewann eine gar nicht mal leise Diskussion mit seinem Head-Coach und blieb im Spiel. Ändern konnte er an der deutlichen 26 zu 7 Niederlage, aber überhaupt nicht. Wieder trafen die Führer der AFC North, die Bengals, auf ein Team, das seine Division anführt, die Chargers. Doch die Bengals verkauften sich besser als letzte Woche, als sie gegen die Vikings nicht die Spur einer Chance hatten. 54 Sekunden vor Spielende schoss Bengals-Kicker Shane Graham sein Team aus 34 Yards zum 24 zu 24 Ausgleich. Doch die Chargers nutzten die verbleibenden Sekunden und marschierten ihrerseits 46 Yards über den Platz in Field-Goal-Reichweite, obwohl sie keine Auszeit mehr hatten. Nate Keating traf aus 52 Yards drei Sekunden vor Spielende und San Diego sicherte sich seine Division, denn die Broncos verloren gegen die Raiders und haben keine Chance mehr, die AFC West noch zu gewinnen. Denver ließ sich von einem Raiders-Team besiegen, das mit dem dritten Mann Charlie Fry als Quarterback startete. Vorteil Nummer zwei war, dass das Spiel in Denver stattfand, doch auch das half nicht. Am Ende war es ein Touchdown-Pass von Jamarcus Russell, der die Broncos besiegte. Fry zog sich im letzten Viertel eine Gehirnerschütterung zu und Russell kam als Ersatzwand. 35 Sekunden vor Spielende warf er einen Touchdown-Pass über 10 Yards und der Extrapunkt brachte Oakland den 20 zu 19. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich sage Ihnen weitere, die laufen von der NFL drehen, meine Bege stacked am Start. Meine Section ver». Da sind die L UI drin.